Lassen Sie einfach bei Bedarf den feinmaschigen, nahezu unsichtbaren Insektenschutz herunter. Der praktische und einfach zu bedienende Insektenschutz zeichnet sich durch ein elegantes Design, erstklassige Qualität und einfache Bedienung aus. Die Insektenschutzsysteme sind als Dreh-, Spann-, Schiebe- sowie als integriertes Rollo erhältlich. Das engmaschige und UV-beständige Insektenschutzgewebe besteht aus Fieberglas und ist in den Farbtönen grau und schwarz erhältlich. Bei Nichtgebrauch wird das Gittern die Moskitokassette eingerollt. Der integrierte Insektenschutz Rollo, den Sie optional konfigurieren können, ist mit allen bei Fensterversand.com angebotenen Rollladensystemen kombinierbar. Die Profile sind aus Strang gepresstem Aluminium gefertigt und zeichnen sich aus durch dauerhafte Wetterbeständigkeit und eine anwenderfreundliche Montage.